Ah, das ist er also. Sie haben sich gerade geküsst. Ich dachte, er wäre so schüchtern. Auch schüchterne Menschen küssen mal. Jetzt, wo du es sagst. Ja, also, einen schönen Tag. Der ist jetzt eh gelaufen. Wieso das denn? Weil du gehst. Oh, du Spinner. Ich störe euch wirklich ungern. Aber entweder kümmere ich mich um den Milchnachschub und du übernimmst Tisch 9 oder umgekehrt oder wir schmeißen alle raus und machen dich. Gut, dann kümmere ich mich um Tisch 9 und ich bin im Keller. Ja, und ich bin weg. Verlasst mich nur alle. Es tut mir leid. Hey. Oh, nein. Seid ihr gerade zusammen? Also, seid ihr jetzt so? Freut mich. Tschö. Danke. Hallo. Danke. Ach, Miriam. Wir hätten gerne zweimal das Solenne-Spezialstück. Da ist alles drin, was man sich nur wünschen kann. Frederik. Was machst du hier? Äh. Arbeiten. Und du? Ihr kennt euch? Ist ja witzig, woher? Naja, witzig. Ist es irgendwas? Gute Frage. Ist irgendwas? Miriam, bitte das. Wie geht's denn, Yvette? Das ist eine Frau. Das ist eine Frau.